Die Wirtschaft versteht sich in der Klimapolitik als Teil der Lösung. Mit Innovationen aus der Schweiz können weltweit Emissionen gesenkt und die Energieeffizienz verbessert werden. Economy Suisse und Swiss Tech wollen das Gleiche. Das Erreichen einer nachhaltigeren Wirtschaft und der Pariser Klimaziele. Der Gebäudebereich ist ein hervorragendes Beispiel für die Zusammenarbeit und die Potenziale der Wirtschaft. So kann etwa überschüssiger Strom aus Photovoltaikanlagen künftig verwendet werden für das Heizen, für Elektroautos oder für die Herstellung von Wasserstoff und Methan. Damit können erneuerbare Energien optimal genutzt werden. Wichtig ist, dass wir alle am gleichen Strick ziehen und uns auch international gut abstimmen. Nur gemeinsam können wir die erforderlichen Innovationen vorantreiben und die ehrgeizigen Klima- und Nachhaltigkeitsziele erreichen.